Musik 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 In diesem Teil werden wir die Elektro einbauen In unserem Zeppelin FM2 Shelter Ein extrem spannendes Thema Weil so viele Fragen auf einen zukommen Welche Komponenten brauche ich Wie viel Akkukapazität brauche ich Was brauche ich denn eigentlich überhaupt Nachher letzten Endes Alles an Verbrauchern In diese ganze Karre ein Diesen Punkt und viele weitere Werden wir in diesem Video behandeln Und werden gemeinsam das Ganze einbauen Und wir werden euch Schritt für Schritt mitnehmen Musik 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 Irgendwo muss die ganze Elektroer drauf geschraubt werden und am allereinfachsten haben wir gedacht, dass es ist, wenn wir das auf eine Holzplatte drauf schrauben. Allerdings soll das Ganze auch so ein bisschen ästhetisch aussehen und zusätzlich weiß man ja, dass die Wände vom Zeppelinshelter relativ kalt werden. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Holzplatten ein Stückchen von der Wand wegzunehmen. Zum einen haben wir eine Isolierung und zum anderen haben wir die Möglichkeit, die ganzen Komponenten einfach drauf zu schrauben und müssen uns dann im Prinzip nicht groß Gedanken machen, wie damit kleben oder sonst irgendwie. Allerdings können wir die Holzplatten ja nicht einfach so reinschrauben oder nicht einfach so reinbauen, sondern wir müssen jetzt erstmal noch die Schelderecke unten aussparen. Dafür haben wir eine ziemlich coole neue Maschine, die ich mir von der Arbeit ausleihen durfte, was uns die Arbeit extrem vereinfacht hat und extrem cool macht. Wie ihr sehen könnt, wir haben das Brett jetzt schon mal reingepackt und in diesem Teil soll es darum gehen, die komplette Elektro einzubauen. Das heißt, wir haben ja hinten so Schienen dran gemacht, da werden wir das komplette Brett verankern an der Kabine und dann werden wir auf das Brett die ganzen Elektroteile drauf schrauben. Unten auf dem Boden wird auch noch eine Platte kommen für die Batterien, also für die Akkus quasi, die wir reinbauen. Und jetzt gerade haben wir noch die Schelderecke ausgefräst, dass die Schelderecke genug Platz hat. Und jetzt sind wir gerade überlegen, ob wir das untere Brett auch noch mal ein Stückchen hoch nehmen, dass wenn wir tatsächlich mal Wassereinbruch haben sollten oder vom Badezimmer Wasser reinlaufen sollte oder was auch immer, dass halt die Bretter unten nicht im Wasser drin stehen, dass wir wirklich unten einfach Platz haben, dass es auch von der Isolierung quasi, dass es bei dem Brett nicht so wichtig, aber bei dem anderen einfach noch mal ein bisschen Luft ist, wo es auch zirkulieren kann, dass die Batterien unterlüftet sind und dass die halt nicht so voll auf dem kalten Boden eben drauf stehen. Das ist so die Dinge, die wir uns jetzt gerade Gedanken machen. Ja, und wenn wir das dann final erledigt haben, dann werden wir das ganze Ding hier mit schwarzem Filz beziehen und dann an die Wand dran schrauben. Also, das größte Gerät ist dieses hier, der MultiPlus mit 3000 Watt. Den werden wir jetzt hier drauf bauen und zwar werden wir von hinten Einschlaggewinne reinmachen und dann durchkontern, dass dieses Gerät tatsächlich auf gar keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise von dieser Platte runterfallen kann. Das wäre nämlich, oder von der Wand fallen kann, das wäre nämlich das Schlimmste ever. Genau, und wir müssen es so machen, dass man es quasi rausheben kann. Da kommt so eine Platte, das seht ihr gleich, dass man es auch im eingebauten Zustand rausheben kann und so. Das müssen wir uns jetzt mal alles angucken. Das heißt, das nächste wird, wir montieren jetzt dieses Gerät und das ist eigentlich auch das Einzige, was wirklich schwer ist, was wir nicht von Vornerven mit Spax reinballern können. Und dann können wir die komplette Platte mit Filz beziehen und können sie im Prinzip reinschrauben. Ja, und dann können wir die ganzen anderen Geräte halt dran basteln und dran tütteln und so. Aber, jetzt müssen wir uns erstmal um dieses Gerät kurz kümmern. Ich muss sagen, als wir den Shelter damals auseinandergebaut haben, kam mir irgendwie nicht so richtig 100% die Idee, dass wir Teile von diesen Airline-Schienen oder von diesen Schienen wiederverwenden werden. Dementsprechend war ich damals nicht so richtig sorgsam, diese ganzen Kunststoffteile irgendwie aufzuheben und diese ganzen Nutensteine und so. Ja, und hab die jetzt an allen Ecken und Kanten wieder zusammengesammelt, wo ich wusste, dass ich noch, was ich liegen hatte. Allerdings hatten wir ein paar zu wenig von diesen Kunststoffteilen und was total cool ist, ich habe meinen Bruder gefragt, ob der mir die zeichnen könnte und dann aus dem 3D-Druck rausdrucken oder rausdrucken und das Ganze hat er auch gemacht, was mega cool ist von ihm und ich muss sagen, das Ergebnis ist extrem gut geworden. Ich hatte nicht gedacht, dass es so gut wird, aber die funktionieren erst rein perfekt wie die originalen. Ich finde persönlich, sie sehen sogar noch cooler aus und wir können uns halt eben unsere Holzplatten wieder dranbauen. Wenn ihr Interesse an solchen kleinen Kunststoffteilen habt und euch auch welche kaputt gegangen sind oder ihr auch keine mehr habt, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wie anfangs schon erwähnt, ist das Ganze in Fallen so einem Expeditionsmobil echt komplex, was das Thema Elektro angeht. Wir haben ja schon die Elektro zweimal in unserem Canopy Camper eingebaut und es ist eine komplett andere Welt. Also in einem Expeditionsmobil kann man noch viel mehr einbauen und da kann es so richtig abgehen, was Elektro angeht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns einen Partner zur Seite zu holen und alles mit dem zu planen. Mit Tiger Expert arbeiten wir schon lange zusammen, auch damals schon mit dem Canopy Camper und da habe ich mit dem Lars zusammen viel telefoniert und geplant. Und er hat uns eben alles gefragt, was kommt da nachher rein, was wollt ihr an Verbrauchern. Ich habe mich nur einmal grob so umrissen, dass ich gesagt habe, ein bisschen Deckenbeleuchtung, Kühlschrank, eine Standheizung. Und jetzt kommt noch ein sehr kontroverses Thema und zwar wollen wir mit Strom kochen irgendwann. Weil wir gesagt haben, wir haben oben sehr viel Fläche auf dem Dach, da können wir sehr viel Solar drauf packen. Und wenn wir im Sommer zum Beispiel unterwegs sind oder auch im Winter und genug Solar von oben runter kriegen, dann ist es doch eigentlich super, wenn wir auch einfach mit einem Strom, den wir kostenlos runter kriegen, einfach kochen können. Wenn wir das Ganze nicht haben, werden wir immer noch zusätzlich einen zweiflammigen Gaskocher mitnehmen, so wie wir es im Canopy Camper auch gemacht haben, dann kann man jederzeit noch mit Gas kochen. Allerdings haben wir auch mit echt vielen Leuten schon geredet, die gesagt haben, ey, bei der Dachfläche und bei der Akkukapazität, was ihr habt, macht euch keinen Kopf drum, da könnt ihr eigentlich fast immer Kleinigkeiten kochen, völlig in Ordnung. Und wir werden im Shelter sicherlich auch nie irgendwie ein Fünf-Sterne-Menü kochen. Dementsprechend haben wir das eben alles so durchkonzipiert, haben dann nachher Pläne gekriegt, wie, wo, was alles hingebaut wird, welche Komponenten wir brauchen. Und das Praktische an der ganzen Sache ist, man kriegt einfach eine Lieferung, da ist alles drin. Da sind die Kabel drin, da sind die Kabelschuhe zum Krimpen drin, da sind Sicherungen drin und die ganzen Geräte, die man braucht und man muss sich alles irgendwo im Internet zusammensammeln. Das habe ich nicht damals im Canopy Camper Teilzug gemacht und es war super nervig. Dann hat man wieder einen kleinen Teil vergessen, da musste man wieder das bestellen. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, das so zu machen und ich muss sagen, ich war sehr überzeugt davon und kann es jedem nur empfehlen. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Produkte, die wir verbaut haben, für euch unten drunter verlinken. Das heißt, wenn ihr das genauso nachbauen möchtet, wie wir das haben, weil ihr sagt, ey, top, das würde uns auch so reichen, dann könnt ihr die ganzen Sachen einfach anklicken und könnt ihr euch auch bei TigerXpert kaufen. Ich muss sagen, ich finde es immer schön, wenn tatsächlich irgendwas auf Anhieb funktioniert oder allgemein, wenn es funktioniert, so wie man sich das geplant hat. Und das, was wir jetzt hier gemacht haben mit der Platte, das war tatsächlich so, dass es einfach wirklich funktioniert hat, einfach auf Anhieb. Auch mit den ganzen Schrauben und mit den ganzen Nutensteinen, dass das alles gepasst hat, war schon super schön. Und jetzt werden wir uns darum kümmern, die ganzen Geräte zu verteilen. Da muss ich sagen, tue ich mir echt schwer, weil bei unserem anderen Fahrzeug, was wir gebaut hatten, da war das halt viel weniger Elektrozeugs und jetzt muss man sich Gedanken machen, wo wir das hier alles hin töten. Ein Teil, also die ganze intelligente Lichtsteuerung, also quasi KNX hier, werden wir dann schon irgendwie outsourcen, das werden wir woanders hinbauen, das weiß ich jetzt schon, weil wir hier den Platz einfach nicht haben. Aber so das Angro der ganzen Geräte wird auf jeden Fall hier an die Wand rankommen. Was wir auch machen müssen, wo wir aufpassen müssen, die ganzen Geräte können ja heiß werden, dass wir die weit genug von der Wand wegbauen, also da irgendwie Spacer drunter basteln, und das werden wir auf jeden Fall machen müssen, ja, dementsprechend müssen wir mal schauen. Aber ich denke, das werden wir schon hinkriegen. Ja, wir fangen jetzt einfach mal irgendwo an und letzten Endes, ob das gut ist oder nicht, das wird sich dann, glaube ich, erst irgendwann feststellen, wenn wir alles reingebaut haben. Und so lange, try and error, ne? Ich tue mir aktuell noch so, oder wir tun uns aktuell noch super schwierig damit, wo wir welche Geräte hinmachen. Ich glaube, irgendwas werden wir 100% vergessen haben, was uns nachher auf die Füße fällt. Aber das wird nicht ausbleiben. Wir versuchen, so gut wie es geht, an alles zu denken. Ich habe auch noch kein Gespür dafür, letzten Endes bei den ganzen kleinen Geräten, wie viele Kabel da letzten Endes hin müssen, aber egal. Wir werden jetzt mal mit dem Klebeband hier versuchen, Kabelwege zu definieren, dass wir die dann genau hinkleben, akkurat, um ungefähr einen Plan zu kriegen, wo wir die Kabel entlang liegen, dass wir da halt logischerweise keine Geräte hinbauen. Wir haben das auch zu Hause schon mal alles auf dem Boden aufgelegt, haben uns die Fotos davon gemacht und können es jetzt dann ungefähr nachbauen. Aber jetzt halt hier auf der Wand mit den richtigen akkuraten Maßen, das ist natürlich noch was ganz anderes. So, ich mache jetzt heute mit dem Klebeband Kabelwege. okay. Dann sehen wir uns dann mal nicht, Figself auf der Wand mit dem Klebeband Klebeband Kabelwege. Klebeband Kabelwege. Klebeband Kabelwege. Also sehen wir auf der die Welt zu David. So, die meisten Geräte sind dran. Den nächsten Schritt geht es jetzt weiter mit der Verkabelung. Allerdings haben wir heute schon relativ spät und beenden das Thema wahrscheinlich hier an dem Punkt für heute. Und dann geht es morgen weiter. Letzten Endes morgen, glaube ich, wird sich dann feststellen, ob wir die Geräte ganz gut positioniert haben, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das denken oder nicht. Und was ich morgen auch noch machen muss, ist unten das Bodenbrett festschrauben und dann die Akkus festschrauben. Und die Akkus sind ein richtig cooles Teil. Das werde ich euch dann morgen im Laufe des Tages erklären und zeigen. Was wir schon längere Zeit mit uns rumfahren, allerdings nicht im LKW, sondern im Canopy Camper, sind die neuen Akkus von Tiger Expert. Die wurden auf der letzten Abenteuer Allrad vorgestellt. Wir haben sie schon längere Zeit davor zum Testen bekommen. Und ich muss sagen, diese Akkus sind total geil. Sie haben mega coole Features, eben unter anderem, dass man sie über Netzwerk zusammenstecken kann, auf einem Batterie-Monitor quasi, Überwachungsmonitor komplett überwachen kann, wie viel, welche Zelle gerade noch an Leistung hat, wie viel sie entladen wird, wie lange diese Akkus noch halten und whatever. Das heißt, und vor allem, was ich extrem cool finde, ist einfach die Verarbeitung von den Akkus. Sie sind sehr hochwertig verarbeitet. Also lohnt sich auf jeden Fall mal da einen Blick drüber zu werfen. Wenn ihr auch gerade an den Punkt seid und euch überlegt, welche Akkus sollen wir kaufen, dann schaut gerne mal bei Tiger Expert vorbei. Packen wir euch auch natürlich unten rein, die Links. Die gibt es in verschiedenen Größen, da müsst ihr selber einfach gucken, was ihr braucht. Und diese haben wir auf jeden Fall schon längere Zeit im Einsatz und sind extrem happy damit und können sie auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwie muss natürlich von den Akkus jetzt auch der Strom in den ganzen Camper verteilt werden und irgendwie muss auch der Strom auf die Akkus drauf, dass sie wieder geladen werden. Und das wird der nächste Part sein. Das ist tendenziell eher so der ganze kritische Part, wo man echt ein bisschen bei der Sache sein muss und mitdenken muss, wo, wie, welches Kabel hin muss. Das haben wir aber auch grob von Tiger Expert bekommen, das heißt, da kann man auch nicht viel falsch machen. Und wenn man mit dem Kopf ein bisschen bei der Sache ist und ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das eigentlich auch logisch, wo, wie, welches Kabel hin muss. Und das Ganze werden wir jetzt auf jeden Fall als nächstes tun. Das Ganze war jetzt natürlich nur der erste Teil von der Kabel. unserer Elektro, das ist lange noch nicht alles. Wir haben noch viele coole Ideen, was wir in dem ganzen Camper machen möchten. Wir möchten im Prinzip eigentlich aus dem Camper so ein bisschen ein Smart Home machen. Das sind zumindest mal die Ideen, die wir so haben. Wir wollen viele coole Lampen in den ganzen Shelter reinbauen, haben wir auch schon viele coole Ideen. Aber das Ganze war jetzt erstmal so der gröbste Anfang, dass wir den ganzen nächsten Schritt erstmal gehen können. Jetzt muss aber der restliche Raum erstmal noch weiß werden. Wir müssen die Standheizung noch einbauen und vor allem, was wir auch noch machen müssen, wir müssen eine Kabeldurchführung durch unseren 60 mm Boden machen, um die Akkus dann mit unserer Lichtmaschine, also besser gesagt mit den anderen Akkus zu verbinden, dass sie während der Fahrt geladen werden. Das Ganze wird dann Teil der nächsten Videos werden. Das heißt, es wird super spannend. Mit der Kabeldurchführung haben wir eine extrem coole Lösung gefunden. Seid gespannt. Wenn euch das Projekt interessiert und ihr dabei bleiben möchtet, dann nicht vergessen auf Abonnieren zu klicken und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn die neuen Videos kommen. Und dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Ich bin raus, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.